Hallo und herzlich willkommen zur Blaser Digitalmesse 2022. Blaser und Camouflage, das waren zwei Dinge, die sich gegenseitig eigentlich immer ausgeschlossen haben. Eigentlich muss man sagen, denn im Herbst des letzten Jahres, da ist Blaser mit der Bekleidungskollektion Hanteck ein echter Kugelungen. Bei mir ist jetzt Andreas Binder, er ist Bereichsleiter von Blaser Outfits und Hanteck ist sein Baby. Ganz herzlich willkommen. Danke. Und Maximilian Ergert, ganz aktiver Bergjäger, Gearfreak und du testest ja immer die Kollektion von Hanteck bei deinen Bergjagden von den Alpen bis in die Karpaten, muss man sagen. Andreas, wie ist es denn zu der Entwicklung von der Kollektion Hanteck überhaupt gekommen? Ich habe vormals in der Sportindustrie gearbeitet, da im Ski- und Golfbereich und dort das erste Mal eigentlich wirklich erfahren, was Performancebekleidung für einen Sportler und für einen Athleten tun kann. Insbesondere was Stretch betrifft, Bewegungsfreiheit, was Atmungsaktivität betrifft, die meistens mehr benötigt wird als Wärmeleistung bei einer Jacke, beim aktiven Bewegen und dann wieder Trocknungsgeschwindigkeit. Das heißt, dass die Bekleidung wieder relativ schnell trocknet und damit nicht nass und kalt auf der Haut klebt. Und in diesem Bereich gab es noch in Europa keinen Bekleidungshersteller, der dieses Thema mal wirklich aufgenommen hat. Es war schon immer ein großer Wunsch für mich, das zu machen. Und 2019 haben wir uns dann hier im Blaser Outfits Team zusammengesetzt und haben angefangen zu entwickeln, zu probieren, zu testen. Und dann war es im August 2021 soweit, dass wir die erste Blaser-Handtech-Kollektion an den Handel ausliefern konnten. Das ist natürlich ein großer Moment, so war es. Aber der Prozess, der dem Ganzen vorausgeht, der ist ja auch sehr intensiv. Wie geht man denn da vor bei so einer Entwicklung einer Kollektion? Tatsächlich ist es bei Blaser relativ einfach, denn wir haben uns an unserem Blaser R8 orientiert. Stichwort modulare Bauweise. Wir können Schäfte, Läufe, Zieloptiken jederzeit wechseln und daher auch das Layering-Prinzip bei uns. Modulare Aufbau im Zwiebelschalen-Prinzip, um uns da jederzeit an die Gegebenheiten anpassen zu können. Versatilität. Die Analogie beim R8 ist es natürlich wieder zum Beispiel von der 222 bis zur 500 Jeffrey in den gleichen Schaft einen anderen Lauf einlegen zu können. Und bei uns ist es zum Beispiel mit unserer Venture-3-Lagenjacke. Die ist wasserdicht, die ist winddicht, die kann ich einzeln tragen, die kann ich in Kombination mit unterschiedlichsten Isolationsschichten tragen. Also wir haben hier eine sehr schöne Analogie. Und am Schluss ist es noch Präzision. Präzision bei Bekleidung. Woran denkt man da? Bei der Waffe ist es klar, hier ist der R8 wieder das Vorbild. Out of the box, 100 Prozent Präzision ohne irgendwelche Änderungen. Und bei der Bekleidung ist die Präzision, das genaue Abstimmung des Outfits auf die Wetterbedingungen, auf die persönlichen Bedürfnisse. Der eine braucht mehr Atemaktivität, der andere mehr höheres Wärmehaltungsvermögen bei seiner Bekleidung. Das heißt, ich kann mich präzise auf die Jagd, auf die Wettergegebenheiten und meine persönliche Kondition vorbereiten, indem ich mir mein Bekleidungskonzept in unserer Handtag-Linie zusammenstelle. Maxi, dein Beitrag war ja vor allen Dingen während der Entwicklungsphase der Kollektion ganz entscheidend. Du hast die Bekleidung ja dann getragen bei deinen Jagden. Wie waren denn deine Erfahrungen bei der Bergjagd vor Hantek? Was hast du da erlebt? Naja, also das Thema hatte der Andi ja schon kurz angesprochen. Es gab oder gibt wenig Auswahl auf dem europäischen Markt für die aktive Bergjagd. Und man musste da eigentlich immer irgendwie, sage ich mal, auf Bergsportgeschäfte zurückgreifen, wo man sich seine Sachen geholt hat oder zumindest das zusammengebaut hat. Und oft ist das mit den Farben schwierig gewesen. Da hast du halt dann Blau anstatt Grün oder eben Camouflage. Und ja, also es gibt da sehr, sehr wenig Auswahl und es gibt natürlich immer noch den amerikanischen Markt, wobei man da online bestellen muss. Man kann die Sachen nicht anprobieren und eben nicht in den Laden um die Ecke gehen und sich die Sachen anschauen, anprobieren. Und deswegen ist es schon toll, dass Blaser das jetzt umgesetzt hat. Und auch jetzt vielleicht bezüglich der Schnitte ist es wahrscheinlich jetzt auch total auf die Jagd massgeschneidert sozusagen. Naja, ja. Also auf jeden Fall passen natürlich die Blasersachen besser als von diversen amerikanischen, die oft irgendwie in Sackformen natürlich geschnitten sind. Und man kann es halt auch einfach anprobieren. Ja, das ist halt ein Riesenvorteil, finde ich. Also gerade für die aktive Jagd ist es halt schön, wenn die Sachen so anliegen, wie man es möchte und nicht irgendwie, ja, sage ich mal, rumhängen oder dann auch zu klein sind und zwicken. Und ich kann es nicht mal zurückschicken oder ist damit so ein Riesenstress verbunden. Also das hat schon einen sehr, sehr großen Vorteil. Jetzt seid ihr ja beide von Kopf bis Fuß in Handtag eingekleidet. Da kann man, Andreas, wahrscheinlich dieses Layering-Prinzip auch mal ganz schön erklären, oder? Ja, wir werden es mal anhand von Maxi seinem Outfit ein bisschen durchgehen. Und ja, Maxi, erklär mal die Systematik, die du, sag ich mal, bei der Bergjagd hier verfolgst. Und wir gehen einfach die Dinge einfach mal durch. Ja, naja, also ich glaube, das kennt ja jeder. Also nicht nur bei der Jagd, sondern wahrscheinlich auch so vom Wandern oder vom Bergsteigen. Wenn ich gehe hoch, dann ist mir meistens zu warm. Ich ziehe mich aus. Ich fange an zu schwitzen. Dann stehe ich. Also bei der Jagd ist ja oft so, also im besten Falle sehe ich ja am Aufstieg schon zum Beispiel einen Gamsbock oder einen Reh oder was auch immer. Oder ich will einfach eben abglasen und schaue, was da ist. Dann kühle ich aus, schwitze. Dann will ich mir am liebsten eigentlich was überziehen. Und wenn ich dann wieder weitergehe, bin ich nass, komme ich oben an, friere ich. Also dieses Siebel-Prinzip ist eigentlich der richtige Ansatz der ganzen Geschichte. Das ist ja nicht nur bei der Jagd, so ist es eben beim Bergsport auch so. Und das kann man eben mit der Handtech-Serie gut machen. Das gibt wirklich für jeden Anlass das richtige Teil. Wenn es regnet, wenn es warm wird, wenn es kalt wird. Und du hast immer diese Atmungsaktivität, die du eben schon angesprochen hast. Und du kühlst eigentlich nicht aus, weil du eben die perfekte Wärmedämmung hast und kannst dich perfekt vorbereiten auf deinen Jagdtag oder auch Jagdwoche, was auch immer. Und du kannst vor allem, wenn ich jetzt sage Woche, du kannst halt wirklich auch so packen, dass du sagst, ich habe fünf, sechs Teile dabei und kann eine Woche draußen bleiben, ohne dass ich mit einem ganzen Reisebus anfahren muss, sondern mit einem Rucksack. Ja, mal systematisch vor. Gerade beim Aufsteig, du hast gesagt, das ist die hochaktive Phase. Ich brauche mehr Atmungsaktivität als Wärmehaltungsvermögen. Da haben wir bei uns im Programm die Operator. Das ist eine Jacke, die aus synthetischen Materialien hergestellt worden ist, damit eine sehr, sehr schnelle Trocknungsgeschwindigkeit hat, verringertes Wärmevermögen. Die Jacke kann natürlich im Sommer auch als leichte Jacke getragen werden. Aber beim Aufstieg ist es gerade im Winter, sagen wir mal Gamsjagd im November, ist es natürlich der perfekte Begleiter, um in der aktiven Zeit, wenn man aufsteigt, eine leichte Isolationsjacke zu haben. Und wenn man oben ankommt, dann ist es, wie du gerade gesagt hast, schon wichtig, dass man sich schnell einmummelt, vielleicht gerade eben die verschwitzte Jacke auszieht und zum Beispiel die Observer-Down-Jacke, die du gerade anhast, sich dann anzieht, dass man einfach in der nicht aktiven Phase, in der statischen Phase trotzdem warm bleibt und fokussiert bleibt auf das, was man tun will. Das ist nämlich wild sauber ansprechen, erstmal entdecken, abglasen und die Jagd da, sag ich mal, entspannt und komfortabel zu betreiben. Maxi, du trägst jetzt die Operator-Jacke. Kannst du uns die mal erklären? Ja, also die Operator-Jacke ist tatsächlich einer meiner absoluten Favorites aus der Kollektion von Hantec. Ich habe sie den ganzen Spätsommer, Herbst auch wirklich aktiv getragen. Und gerade wenn du wirklich eigentlich schwitzt, aufsteigst, ist aber trotzdem kühl, ist knapp über 0 Grad, ist die Jacke perfekt, weil du nicht auskühlst, aber weil sie trotzdem sehr atmungsaktiv ist. Und wenn du dann wirklich, sag ich mal, stehst oder verweist einfach am Berg, dann gibt sie trotzdem noch genug Wärme, dass du nicht auskühlst. Und jetzt an so Tagen wie heute, wo es arschkalt ist, auf Deutsch gesagt, ist gerade als Zwischenschicht super angenehm auch, um nicht auszukühlen und einfach warm zu sein. Also das ist echt super. Und zusammen auch mit der Hose in Verbindung, mit der Resolution-Hose, das sind eigentlich für mich zwei Teile, die absolut bei einer aktiven Jagd für mich nicht mehr fehlen dürfen. Also muss ich wirklich sagen, das ist perfekt mit dem Stretch. Der Stoff unheimlich robust. Also ich habe die Hose die ganze Saison getragen, hat kein Loch, kein gar nichts. Und ich habe nicht aufgepasst drauf, muss ich ehrlich gestehen. Und hat wirklich perfekt gehalten für das, was ich sie brauche. Bei der Jagd ist es natürlich ganz schön oft kalt, muss man sagen. Aber Andreas, habt ihr denn auch irgendwas speziell für Schlechtwetter-Tage und Regen im Programm? Natürlich. Es gehört auch zum Bekleidungskonzept dazu. Insbesondere die Jagd, die ich hier als Shell anhabe. Das ist die Venture-Dreilagenjacke. Das ist eine wasserdichte und winddichte Jacke. Das Besondere ist als erstes der Oberstoff. Wir haben uns hier mit wirklich japanischen Stoffspezialisten zusammengesetzt und haben diesen Stoff entwickelt. Das heißt, dieser Stoff ist wirklich auf dem Markt nicht zu haben, nur bei uns. Mechanischer Stretch, das heißt, es ist kein Elistan-Anteil drin, der sehr fragil ist, besonders gegen Licht. Das heißt, wir haben sehr, sehr schöne und sehr lange Bewegungsfreiheit und Stretch in der Jacke. Und die zweite sehr große Besonderheit bei der Jacke, was sie absolut einzigartig macht, ist die Schnittform, die wir in der Jacke haben. Wir haben hier ein Patent angemeldet dafür. Das ist unser Shell-Cut. Das Thema ist dabei, dass die Jacke auf dem kompletten Rückenbereich keine einzige Naht hat. Nähte haben keinen Stretch, insbesondere wenn man sie tapen muss, damit sie wasserdicht werden. Um das zu verhindern, ist bei uns eigentlich vom Kragen bis zum Saum über die Schultern hinaus ein Schnittteil. Wir nutzen damit diesen mechanischen Stretch, den wir dem Stoff in seiner Entwicklung verliehen haben, vollkommen aus. Nebeneffekte sind, wir haben keine Reibung, wenn ich einen Rucksack zum Beispiel trage, was wieder auf Komfort einzahlt. Und natürlich, ich hatte es vorhin schon erwähnt, keine Naht. Ein Seam-Tape weniger, eine Möglichkeit weniger, dass Wasser tatsächlich doch mal durch ein undichtes Tape kommen sollte. Und das ist wirklich eine Sache, die die Jacke einzigartig macht. Hinzu kommt, in der Kategorie Shell ist dieser Stoff wirklich sehr, ich sag schon fast seidig und verhältnismäßig leise. Also auch hier wieder wirklich 100 Prozent für die Jagd gedacht, für die Jagd gemacht. Das ist die Drei-Lagen-Menscher-Jacke. Ich habe sie tatsächlich immer im Rucksack drin und es ist für mich eigentlich ein Gegenstand, der immer dabei ist. Es ist klein, es ist super gut zum Packen. Du kannst es so klein packen, sagen, es wiegt eigentlich wie nichts, wie eine kleine Brotzeit. Und im Notfall bin ich immer ausgestattet damit. Also ich habe sie wirklich immer dabei. Und wenn ich sie nicht brauche, dann lege ich meinen Hund drauf ab. Also selbst da ist sie praktisch. Ist gut, noch ein neues Attribut. Und was man an euch natürlich auch schön sieht, ist das Camouflage-Muster, das ihr extra für Hantek ja selber entwickelt habt. Was ist denn da wichtig? Das ist ja, stelle ich mir vor, ein wahnsinnig komplizierter Prozess, so ein neues Muster zu entwickeln. Ja, das ist es durchaus. Wir hatten natürlich den Anspruch, oder sagen wir mal so, wir hatten natürlich die Idee der Bergjagd bei der Hantek. Das heißt, wir haben bei der Farbauswahl von Anfang an darauf geachtet, welche Farben sind im Gebirge vorhanden. Flechten, Mose, Steine, genauso Latschenkiefern und im unteren Bereich durchaus mal Laubwald. Das alles abzubilden in einem Farbbild ist gar nicht so einfach. Das heißt, hier ist viel Try and Error, viel probieren, viel ins Gebirge fahren, hinhängen, zurückgehen, wieder gucken. Und der zweite Teil, der dann dazukommt, ist die Gestaltung des Musters. Hier gibt es fotorealistischen Print oder eben Vektor basiert wie bei uns, der eigentlich nur ein Ziel hat. Und das ist einfach das Aufbrechen der menschlichen Silhouette für das Auge des Wildes, genauso wie das menschliche Auge. Und das ist eigentlich ein guter Camouflage-Effekt, den wir da haben. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Entwicklungszeit und eine unglaubliche Erlösung, muss man auch mal sagen. Wenn das Produktionsdatum immer näher kommt, muss man langsam fertig werden. Als wir die ersten Teile dann hatten, damit dann wieder in die Berge gefahren sind, getestet, fotografiert, verglichen haben und wir festgestellt haben, ja, es funktioniert wirklich hervorragend im Berg. Und das sieht man auch ganz toll in den Filmen, den wir gedreht haben und in den ganzen Aufnahmen, wie wir mittlerweile auch schon durch Instagram oder durch Facebook von sehr, sehr begeisternden Usern von Hantek gesendet bekommen. Und es ist ja auch ein Novum bei Blaser. Ja, also in der Bekleidung in dieser Art auf jeden Fall. Das Schöne ist, wie gesagt, es ist exklusiv, es gehört uns. Wir haben es auch auf unserem R8 Schaft Hantek aufgebracht. Es gibt auch ein breites Accessoire-Angebot dazu und das macht eigentlich diese ganze Range komplett. Die Marke Blaser kann man komplett mit Hantek bespielen und das macht uns einfach auch nochmal einzigartig. Maxi, wie sind deine Erfahrungen mit dem Hantek-Camouflage-Muster in der Jagdpraxis? Also ich war wirklich begeistert. Es funktioniert wirklich super im Gebirge als auch weiter in unteren Regionen. Man verschwindet in der Natur und das Carmo funktioniert tatsächlich so gut, dass wir bei den Filmdrehs letztes Jahr im Gebirge sogar, ja wir hatten keine Probleme, aber der Kameramann hatte Probleme uns zu folgen, weil er nicht gesehen hat, wo wir praktisch lang marschieren, weil wir so gut in der Landschaft eingetaucht sind. Also das funktioniert perfekt, muss ich wirklich sagen. Das war das Ziel. Es hat geklappt auf jeden Fall. Es gibt aber ja auch viele Jäger, die vielleicht kein Camouflage-Muster möchten. Habt ihr dann da auch Alternativen im Programm? Selbstverständlich. Auch hier von Beginn an sind wir eine Strategie gefahren, auch Solid-Uni-Farben anzubieten. Der Maxi hat es vorhin gezeigt. Die Operatorjacke gibt es in Highland Green. Das ist ein hellerer Farbton, der auch wieder perfekt in die Gebirgslandschaft passt. Wir wissen alle, eine klassische Lodenjacke in Grün auf einer Wiese ist weithin sichtbar. Die helleren Farbtöne sind eigentlich immer charmanter in der Natur und fügen sich dort besser ein und geben die Silhouette weniger Preis als dunkle Grüntöne. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt in der Frühjahr-Sommer-2022-Kollektion ab März einen zweiten Solid-Farbton anbieten in den ganzen Oberteilen, wo es bis jetzt nur Hante, Camo und Highland Green gab. Das wird Dark Olive sein. Es ist dann eher ein klassischeres Grün, ein dunkleres Grün für die Talregionen, für den Wald. Das heißt, man kann die Hanteck-Bekleidung in einem klassischen Grün ab Frühjahr-Sommer ebenfalls im Handel erhalten. Und wie geht es bei euch jetzt weiter mit der Hanteck-Kollektion? Wie gesagt, werden wir mit Frühjahr-Sommer 2022 Dark Olive als neue Solid-Farbe an den Handel ausliefern. Hinzu kommt aber noch, dass wir uns in der Frühjahr-Sommer-Kollektion um einen neuen Temperaturbereich kümmern, nämlich der warme Temperaturbereich. Da wird es hochatmungsaktive Stoffe geben, perforierte Stoffe, extrem atmungsaktives Isolationsmaterial in Form einer aufregenden Jacke. Und das wird nochmal ein ganz neuer Bereich, den wir mit Herbst-Winter noch nicht abgedeckt hatten. Dankeschön, Andreas. Gerne. Und danke, Maxi. Danke, gerne. Und weitere Informationen zu Hanteck, die finden Sie natürlich auf der Blaser-Webseite, bei YouTube oder bei Ihrem Fachhändler.